Murau gibt jedem Berge. Eine Urlaubsregion inmitten von Österreich. Eine Region, in der jeder sofort merkt, dass die Österreicher mit zu den Pionieren des Skilaufs zählen. Das Zentrum der Region ist das Städtchen Murau. Eine Stadt, die schon so manchen Spaziergang lohnt. Noch immer ist überall die Tradition der Bergbaustadt merkbar. Die Ferienregion lockt mit allen Wintersportarten. Dass man sich Murau aber für die nordische Junioren-Weltmeisterschaft ausgesucht hat, zeigt, dass der Langlauf in dieser Region besonders zu Hause ist. Versuchen sollte sich jeder nicht nur auf dem schmalen Kufen der Schlittschuhe, sondern auch mit dem Eisstock, dem Lieblingssport der Einheimischen im Wind. Entlang der verschneiten Hänge finden sich überall Wege für rasante oder gemächliche Schlittenfahrten. Ganz gemütlich geht's zu, wenn vor den großen Schlitten die Pferde gespannt werden und es hinausgeht in die dick verschneite Landschaft. Entdecken sie ihr Ferienparadies auch zu Fuß, so spüren sie am besten die Gemütlichkeit und Ruhe, die ihre Ferienregion ausstrahlt. Hektik gibt es hier keine. Und mit Kindern haben alle ihre Freude. Westens gepflegte Pisten gehören zum Stolz dieser Region. Glatt wie das frisch gewaschene Tischtuch sollen sich die Abfahrten präsentieren. Und daneben gibt's natürlich Platz für den, der ausreißen will und das Vergnügen einer Tiefschneeabfahrt sucht. Murau gibt jedem viele Berge, bis in mehr als 2100 Meter Seehöhe führen die Lifte hinauf. Hinab geht's je nach Laune auf einer der vielen Pisten rasanter oder gemütlicher. Von den Kindern sagt man hier, dass sie schon mit Skiern auf die Welt kommen. Wem das nicht so widerfahren ist, der kann aber alles leicht nachholen. Die Skischule bemüht sich vor allem um die Kinder. Höhepunkte des Winters sind große internationale Sportveranstaltungen. Auch wenn kaum jemand sich im Urlaub im Sprunglauf versuchen will, ist es beeindruckend den Flügen der Weltklasseathleten zu folgen. Auch die Leuten ziehen immer wieder Spitzensportler an. Aus aller Welt kommen sie zu den großen Rennen. Und hinein ins Nass. Nach einem Skitag ist es wohlig, sich noch einige Runden im Hallenbad zu entspannen. Langeweile brauchen sie in der Region Murau nie zu befrüchten. Ganz gleich, ob alle Neune sich ihnen versagen oder nicht, eine zünftige Kegelpartie ist immer ein Riesenspaß. So hektisch können die Zeiten gar nicht sein, dass die Steirer auf die Gemütlichkeit vergessen. Und das bieten sie auch ihren Gästen. Eine gemütliche Jause war schon oft der Beginn eines Abends, der dann mit viel Flitter in der Seele, romantisch in der Bar ausklingt. Die Murauer halten selbst viel vom guten Essen. Und das garantiert, dass sich auch jeder Gast hier gut bekocht vorkommt. Und das Angebot für den Rest des Abends ist auf jeden Fall bunter als sie. jeder Blumenstrauß. Ob es der steirische Brauch ist oder die Disco, für jeden Geschmack ist gesorgt. Sie brauchen nur wählen, sich treiben lassen, die Stimmung genießen und sich so zu entspannen. Dann wissen sie, dass Murau ihnen Berge gegeben hat. Ihre Urlaubsadresse in der Steiermark, das Hotel Zeppenwirt. Rufen sie uns doch mal an.